Für viele von euch ist es vielleicht auch wirklich ein Problem, so auf diese Frage, dass ja auch dieser Druck, der ausgeübt wird, warum bist du nicht geimpft? Warum? Warum? Welche Argumente, welche Fakten, welche Studien? Und da möchte ich euch einfach auch mal vielleicht ein paar gute Argumente geben, die auch echt schwer zu widerlegen sind. Denn also ich bin ja nicht gegen dieses Ding da halt geimpft und habe es auch nicht vor, also auch an die Bundesregierung oder wer auch immer hier mal so viel Geld dafür ausgibt. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall den Anteil, den ihr für mich ausgebt, sparen, denn das wird nichts bringen. Aber um jetzt einfach mal meine Argumentationskette und auch meine Fakten für euch dazu bieten, würde ich mir freuen, wenn ihr das vielleicht mal mit einem Like jetzt schon mal honorieren könntet, so als Vorgefälligkeit. Ich muss ja wieder so ein bisschen ins YouTube-Game kommen und dann werdet ihr die drei Top-Argumente finden, von mir hören, die keiner widerlegen kann. Also Argument 1 ist, dass ich mir irgendwie so überlegt habe, dass ich überhaupt gar keine Fakten brauche, sondern für alle, die es wissen wollen, ich habe einfach keinen Bock. Ich habe einfach keine Lust. Das ist total subjektiv und ich habe auch null Fakten dazu. Das ist mir auch egal. Ich habe einfach keine Lust auf so viele Dinge. Andere haben halt auf etwas Lust. Das ist ja auch schön. Also mein erstes Argument ist, warum bin ich nicht geimpft? Ich habe einfach keine Lust drauf. Das zweite Argument ist, dass ich nicht will und ich muss das auch nicht begründen. Ich will einfach nicht. Ich wollte jetzt auch nicht drinnen sitzen. Es gibt viele Dinge, die ich will. Und ich will einfach ungeimpft sein. Also erstmal habe ich keine Lust, mich zu impfen. Argument 1. Und Argument 2 ist, ich will ohne das Zeug auskommen. Und das dritte Argument ist, weil ich kann. Einfach weil ich in dem Handlungsspielraum, den ich besitze, ist die Option, sich eben nicht gegen Corona zu impfen, vorhanden. Die habe ich halt einfach genommen. Und das reicht vollkommen aus. Also da braucht man auch keine einzige Studie. Wenn solche Gespräche noch weiter geführt werden, dann kann ich da auch gerne noch was dazu sagen. Es ist noch an. Also zum Beispiel, es gibt ja auch Leute, die sind fett. Ich hätte auch schon ganz schön ranzen. Und das ist ja auch was, könnte man sagen, warum. Also warum, wenn ihr irgendjemand ein Fettes kennt, jemand Übergewichtigen. Du, warum bist du fett? Da gibt es doch, zeig mir mal die Studien, die Argumente, mit denen du das begründen kannst, dass du jetzt übergewichtig bist. Ja, ich meine, er ist ja selber auch nicht in der Lage, sich dann zu operieren. Die ganzen Folgeschäden sind ja auch für die Gesellschaft. Also bitte, welche Faktenlage? Das sind doch auch nur die Leute, die haben einfach Bock drauf. Die Leute haben oder haben keine Lust auf Sport oder weil man es halt einfach kann. Versteht ihr? Man kann einfach zu McDonalds gehen und sich vier Big Macs zum Frühstück reinhauen. Das ist erlaubt. Genauso kann man auch Cola trinken. Also bitte, welche Studien, welche Argumente gibt es dafür, dass es euch erlaubt ist, Cola zu trinken? Zucker. Verstehe ich nicht. Das nächste ist zum Beispiel, vielleicht kennt ihr ja Leute, die irgendwelche verrückten Sachen machen. Ich angele. Das ist jetzt nicht ganz so verrückt. Früher bin ich Skateboard gefahren. Also auch das wäre eine Frage. Warum macht man das? Welche Studien, Argumente, Faktenlagen gibt es, dass Menschen Sportarten betreiben, bei denen sie sich verletzen? Und dann auch wieder Intensivstationen und Ressourcen halt belegen. Aus diesem puren Egoismus heraus. Jetzt kommen die Schwäne schon zu zweit wieder, falls ihr das Video vorher gesehen habt. Ich sitze nicht an der gleichen Position. Ich habe nur meine Mütze ausgezogen, um das ein bisschen zu faken. Scheiße, was mache ich jetzt? Jetzt kommen die zu zweit. Vielleicht kennt ihr Leute, die klettern. Ja, es gibt ja Menschen hier, Reinhold Messner. Warum macht man sowas? Also ich kann euch sagen, da brauche ich keine Studie, dass ein Achttausender ohne Sauerstoff einfach menschenfeindlich ist. Ja, da sind ja auch, gehen ja auch Ressourcen drauf. Da sterben Menschen, die werden dann gerettet. Ja. Und der einzigste Grund ist, und das ist auch in allen anderen Sachen vollkommen okay, dass halt jemand will oder nicht will. Ja, es gibt ja auch Menschen, die gehen zu Prostituierten und haben dann ungeschützt Verkehr. Es gibt Menschen, die trinken Alkohol. Es gibt Menschen, die rauchen. Das mache ich jetzt auch noch. Und dann habe ich jetzt ein bisschen Schiss hier vor den Schwänen. Nee, aber dann packe ich es auch gleich. Aber das sind einfach meine Gründe. Also falls irgendjemanden stört, ich habe keine Lust drauf. Ich will ungeimpft bleiben und ich kann einfach. Ich kann einfach. So ist es. Ja, jetzt soll ich noch kurz eine, um das auch noch zu vollenden. Und dann habe ich ab, weil jetzt gleich die Schwäne kommen. Hast du jetzt echt Verstärkung geholt? Okay, ich brauche es doch nicht. Jetzt wird es brenzlig. Also, wenn euch solche Videos gefallen, mache ich die gerne wieder öfter. Könnt ihr mir ja vielleicht helfen, dass Google auch und der Algorithmus merkt, dass hier wieder was los ist. So, und jetzt kommen die Schwäne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.